Also Joystick gibt es schon seit sieben Jahren, ich bin eigentlich noch gar nicht so lange dabei. Joystick macht jetzt seit ungefähr drei Jahren, glaube ich, machen wir so eine Musik, die mir eben in der Schwarzmusik angesiedelt ist, Funk, Soul. Das sieht man ja auch an unseren ganzen Frontleuten, die haben ja in Halbamerika eingekommen. Ja, nun, das ist eigentlich jetzt so unsere Musik, die uns am meisten Spaß macht. Ich hoffe jetzt, dass viel Stimmung hochkommt. Would you please welcome here in Osnabrück Joystick! What's up! Los! Clap your hands now, y'all! Help me now! Help me now! Come on! Come on! Over there! Das war's. 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 Das war's.